Okay Freunde, ich habe jetzt im Stream 30 Packs aufgemacht und zusätzlich habe ich nochmal 2 Packs von dem Imperial Guard Event aufgemacht. Nicht wundern, das sind zusammengestimmte Ausschnitte aus meinem Stream und Freunde, wer meinen Stream enjoyen will, auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung checken. Uralpha-First, wir streamen wirklich fast jeden Tag. Es macht ultra Spaß. Würde mich mega freuen, euch dort zu sehen. Und sonst genießt es auf jeden Fall das Video und ich sage mal so, kauft euch bitte keine Packs. Erste Pack to go. Ich sage euch, erste Pack ist immer das Schlechteste. Weiß-Weiß-Blau. Das ist immer der Indikator dafür, dass man keine Packs ziehen sollte. Das Beste, was wir bekommen, ist ein Catalyst-Frame. Wow, ein Rahmen. Ein Rahmen für Catalyst. Okay, okay. Und wir haben ganze 15 Herstellungsteile. Danke, danke. Danke, danke. Blau-Weiß-Weiß. Das schlechteste Pack, was man ziehen kann, ist immer Weiß-Weiß-Blau. Und ich habe auch das schlechteste Pack gleich gezogen. Der Nemesis-Skin, ey. Dass die das wirklich, dass die sowas wirklich reinmachen, ne? Na gut, okay. Drei Packs to go. Ey. Oh, was Goldenes, was Goldenes. Ich werde irgendeinen Sticker oder sowas. Ah, okay. Ah, Brawler. In so einem Gold-Blauen-Optik. Problem ist halt, ich weiß halt, dass es relativ fett hier wirkt. Ich meine, wir können es mal reinmachen. Ja, wir können uns den ganzen Spaß mal angucken. Sieht ja jetzt nicht allzu schlecht aus, aber... Aber ja, es könnte... Es könnte besser sein. Es könnte besser sein. Wie gesagt, der einzige... Der einzige Skin, der richtig geil ist für die Brawler, ist halt Gottverdammt nochmal... Ähm... Ist Gottverdammt nochmal der von Season 11 oder Season 10, da wo ich gar nicht gezockt habe. Dieser ganz schmale, dieser drahtige. Oh, der war so sick. Und nochmal Crafting Materials. Zwei to go. Zwei fucking to go. Auch wieder direkt das schlechteste Pack gezogen. Ne weiße Havoc. Ey, wow. Danke. Danke dafür. So, komm. Sag, machen wir den letzten hier auf. Und blau, blau, weiß. Na gut. Wir machen die 10 Packs wirklich in so einem Schnellluftstoff. Bam, bam, bam. Ja. Oha. Direkt was Goldenes. Big, big, big. Ah, guck mal. Guck mal, wie sie mir jetzt gönnen. Ich bin nicht böse drüber. Ich bin nicht böse drüber. Aber wie sie mir jetzt die Herstellungsteile gönnen. Wie sie mir jetzt die Herstellungsteile gönnen, wo das Event fertig war, damit ich nochmal 7 Euro ausgeben muss, für den einen Skin. Okay, aber cool. Big, freu ich mich. Freu ich mich drüber. Herstellungsteile sind immer richtig gut. Noch mehr Herstellungsteile. Ganze 30. 30 zu 600. Ja, kann man machen. Gehen wir wirklich in dem Schnelldurchlauf durch. Blau, blau, weiß. Schon wieder was Goldenes. Sehr cool. Ich werde wieder irgendeinen scheiß Emote. Ah ja. Ah ja. Kann man den spielen? Weil, wenn ich schon diese Verzierung hier sehe, sieht der Skin sehr, sehr fett und klobig aus. Ja, wenn ich diese Verzierung schon sehe, weiß ich immer nicht. Weiß ich immer nicht. Finde ich immer schwierig. Finde ich immer schwierig. Aber gut, okay. Wir rüsten ihn mal aus und wir werden es dann sehen. Ja, wir werden es jetzt mal sehen. Okay, weiß, weiß, blau. Das schlechteste Pack. Aber wir haben jetzt schon ein paar gute Packs gezogen. Von daher ist das in Ordnung. 5 to go. Oh, blau, lila, weiß. Sehr cool. Einfach, einfach so ein Loba. Ein Loba-Ding und es ist ein Holo. Schon wieder was Goldenes. Okay, krass. Ein Rahmen. Ein Rahmen für Revenant. Für Revenant. Ah, oh, stimmt. Ich muss den Nemesis-Skin noch reinmachen. Und. Und, was mir gerade einfällt. Ähm. Was wirklich wichtig und richtig ist. Ein Bangalow-Skin bräuchte ich jetzt noch. Komm hier. Scheiß mal auf Erdung-Schatz. Okay, so Erdung-Schatz würde ich auch nehmen. Würde ich mit dem Bangalow-Skin. Aber. Jetzt noch ein geiler Bangalow-Skin. Ein cooler Bangalow-Skin. Ja, mit blau, blau, weiß. Mit blau, blau, weiß. Da wird das nichts. Zwei to go. Ja. Die Hoffnung, die Hoffnung schwindet. Na gut. Na gut. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Okay, Leute. Also, wir haben zwei Event-Packs von den Imperial Guard-Packs. Und dann haben wir nochmal 13 normale Packs. Ja, wir haben nochmal 13 normale Packs. Also, ich bin gespannt, was wir rausbekommen sollten. Wie immer. Ich habe keine Ahnung. Sollte ich hier ein Erdung ziehen, wüsste ich von vorne bis hinten nicht, was ich mir holen sollte. Aber, come on. Wir quatschen gar nicht lange. Ich würde mal sagen, direkt ab dafür. Und natürlich mit den fetten zwei Event-Packs. Ah, Imperial Guard. Schon was sehr Schlechtes. Na, blau, blau, lila. Na, blau. Na, blau. Okay, der Skin is not bad. Der Skin is not bad. Ich meine, besser als einen scheiß Rahmen oder sowas zu bekommen. Oder irgendeinen komischen Emote, ne? Das heißt also, sollte ich jemals... Sollte ich jemals irgendwann Fuse spielen auf diesem Account, haben wir schon mal einen sehr, sehr geilen... ...nen sehr, sehr geilen Skin. Der sieht schon nicht schlecht aus. Ja, der Rave-Skin würde natürlich mehr schmecken, ne? Der Rave-Skin würde natürlich mehr schmecken. Okay, und das zweite Imperial Guard. Gucken wir mal rein. Was Goldnes. Was Goldnes. Oh, okay, schade. Ja, den Rave-Skin, der ist geil. Ey, gar keine Frage. Der Rave-Skin ist wirklich geil, aber natürlich auch der Skin, den ich jetzt am wenigsten spielen würde. Ich sag mal so, wenn man sich jetzt mal das ganze Event anguckt, dann wäre halt wirklich der Gibraltar-Skin. Uff. Alter, leck mich am Arsch. Der ist wirklich, wirklich geil. Ja, und der Rave-Skin ist auch mega. Aber der Rave-Skin ist wirklich, wirklich krass. Der sieht richtig nice aus. Der Rest der Skins... Na gut, okay, Octane sieht auch noch geil aus. Ja, Watson ist auch nicht bad. Watson ist auch nicht bad. Und der Rest der Waffen finde ich eigentlich nur die Kraber geil, ne? Nur die Kraber würde ich mir wirklich überlegen zu holen. Aber angesichts der Tatsache, dass ich auch so selten Kraber spiele, würde ich mir auch denken, ja, halt, fuck it. Okay, 13 Packs to go. Gucken wir mal, was wir ziehen. Oh, was Gold ist direkt. Nochmal hintereinander. Krass, krass, krass. Hm. Für den 33 Packs, natürlich, okay, der sieht schon geil aus. Okay, da muss man schon sagen, der sieht schon sick aus. Der sieht schon wirklich geil aus. Okay, not bad. Nehme ich an, nehme ich an. Spiele ich zwar auch nicht so oft, ne? So ein geiler 301-Skin oder so ein geiler Nemesis-Skin. Flatline-Skin wäre dann auch noch was Schöneres. Aber der Skin war schon nicht bad. Blau, Weiß, Weiß. Einer der schlechtesten Packs gewesen. Blau, Weiß, Weiß. Wieder einer der schlechtesten Packs gewesen. Brauchen wir gar nicht gucken. Ich meine, ab Lila wird es halt interessant. Weiß, Weiß, Blau. Wir haben dreimal jetzt hintereinander das schlechteste Pack, was man irgendwie hätte haben können. Blau, Blau, Weiß. Wir steigern uns ein bisschen. Meinetwegen ein paar Crafting Materials. Davon kann man wenigstens ein bisschen was kaufen. Aber mit 30 Crafting Materials, ey, da kannst du draufstehen. Weißt du? Müsste da irgendwas zusammen hast, wenn du, weiß ich nicht, 10 mal 30 Crafting Materials, ey, da kannst du nichts verkaufen. Also nichts, nichts Sinnvolles. Weiß, Weiß, Blau wieder. Scheinbar haben wir, scheinbar haben wir unser Lootglück schon aufgebraucht. Blau, Blau, Blau. Aber Crafting Materials kriegen wir, Mensch. Immerhin, wie waren wir denn? 590, kann man machen. Kann man machen. Weiß, Weiß, Blau. Das schlechteste Pack überhaupt. Weiß, Blau, Blau. Das schlechteste Pack, was man fast haben kann. Der Lifeline Skin. Are you kidding me? Are you kidding me? Ey, bitte zieht euch das. Das würde doch niemals jemand ausrüsten, oder? Bitte guckt euch das an. Ey, what the fuck, ey. Um Gottes Willen. Wirklich, um Gottes Willen. Weiß, Weiß, Blöö. Letzten zwei Packs to go. Na ja, komm. Und auch nur Blau, Blau, Weiß. Bis zum Sony, die Mund. Houem. So. Willen. See ya. Weiß, Faith.